Hallo liebe Abonnenten! Heute will ich für euch TELC-Zertifikat P2 Teil 1 präsentieren. In diesem Teil, man muss entweder ein Film, ein Buch oder eine Reise präsentieren. Ich habe für euch einen Film vorbereitet. Sie können gern das benutzen in Prüfung, aber bitte meinen Text nicht alles auswendig lernen, weil ich habe fast 7000 Abonnenten und wenn alle den gleichen Text sprechen in Prüfung, alle bekommen 0 Punkt. Deswegen versuchen Sie, Ihren eigenen Text zu schreiben und benutzen Sie Ausdrücke, die ich benutze, zum Beispiel im Anfang oder im Mitte. Nehmen Sie bitte zwei bis drei Sätze und achten Sie auf meine Struktur, wie ich meine Präsentation zusammengefasst. Also, jetzt fange ich an. Das Thema meiner Präsentation ist, welcher Film hat mir meine Freundin empfohlen? Zuerst möchte ich sagen, dass ich es sehr mag, auf Deutsch Filme anzuschauen, weil mir das sehr hilft, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Letztes Mal hat mir eine Freundin empfohlen, den Film Cool Runnings anzuschauen. Dieser Film hat mir eine große Motivation gegeben und ich habe festgestellt, dass man nie aufgeben soll. Vier jamaikanische Jungs träumen davon, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Aber nicht die Sommerspiele, sondern die Winterspiele. Alle haben gelacht, als sie von der jamaikanischen Popmannschaft gehört haben. Im ersten Rennen war die Mannschaft sehr nervös und mit der schlechtesten Zeit landete sie am ersten Renntag auf dem 28. Platz. Aber im entscheidenden Rennen ging der Bob kaputt und sie trugen den Bob trotzdem stolz bis zum Ziel. Das war meine Präsentation. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Also meine Freunde, wie Sie sehen, meine Präsentation dauert nur zwei Minuten. So muss es sein. Weil für Telk P2 beide Teilnehmern gemeinsam haben fünf Minuten Zeit. Und sie müssen präsentieren und gegenseitig Fragen stellen. Falls, wenn Ihr Partner einen Film gewählt habe, Sie können solche Fragen stellen. Wann hast Du letztes Mal diesen Film gesehen? Oder Wer spielt die Hauptrolle? Oder Willst Du diesen Film noch einmal anschauen? Hast Du ihn im YouTube oder im Fernseher angeschaut? Und so weiter. Sie müssen nur zwei Fragen stellen, nicht viel. Falls meine Präsentation Euch gefallen hat, bitte abonnieren mich und liken Sie mein Video. Und nächstes Mal werde ich ein Buch präsentieren. Dankeschön und bis nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.